Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Herr Rodi, jetzt bist du wieder fit. Jetzt bin ich wieder fit. Jetzt ist er wieder fit. Das habe ich schon mitgenommen. Man muss das folgen, er hat sein Enkel, der Kleine, wie heißt der Hansi? Der Hansi. Der hat ihm das Haus anzünden. So ein kleiner Brandstifter mit sechs Jahren zündet ihm das Haus unterm Arsch. Das hat er brennt wie ein Christbaum. Aber das war nur Glück. Das war ein Feier. Wahnsinn. Du musst dir vorstellen. Der eigene, und dann kann er, was macht er? Das ist ja der Enkel, die Tochter, wer ist ihm verantwortlich? Er kann seine Tochter nicht verantwortlich machen. Und das Irre ist ja, seine Tochter, die Tochter, das ist auch ein Amselwunder, muss ich sagen. Also naiv ist sie halt, blauäugert. Ja, furchtbar blauäugig. Das ist so, die hat sich, ich weiß auch nicht, der Typ, sie hat sich mit einem zusammengetan und der hat gezockt, oder? Der hat dann gezockt. Der hat gezockt. Und hat praktisch, die Schulden hat dann auch sie auf dem Konto gehabt. Und wenn der Rudi nicht einspringt, dann ist die Frau auf der Gantt ein Wahnsinn. Aber der Typ ist ja wirklich das Letzte. Dann ist er abgehauen. Und dann hat er ihm seine Uhrensammlung gestohlen. Die hat er noch mitgenommen. Und dann ist er nach Bolivien. Nach Kolumbien. Nach Kolumbien, der ist nach Kolumbien, ist er abgehauen. Ja, brutal. Alles mitgenommen. Und dann, mit dem Buben geht es jetzt, der Brandstifter, das muss man auch noch sagen, der Kleine. Aber weil sie so naiv ist, der hat Tifterieder, was hat er gehabt, Mumps und irgendeine Kinderkrankheit hat er gehabt. Platan. Platan. Und dann ist sie nicht zum Arzt, sondern zu so einem Guru oder zu so einem Puscher da. Der Bub, der war auch beinahe draufgegangen. Beinahe draufgegangen. Es ist ja wirklich ein Wahnsinn. Naja, also jetzt im Fall, jetzt geht es dir wieder besser, oder? Und sie ist jetzt, Moment, und sie ist jetzt mit wem beinaheinander, der hat ein Bestattungsinstitut, hat der. Ja, das läuft gut. Das läuft gut. Bestattungsinstitut läuft gut. Da sind wir wieder zuversichtlich, oder? Ja, vielleicht ziehe ich noch ein bisschen, was wir geholt. Wenn er braucht, mit Bestattung, da geht es bergauf. Mensch, der Rudi. Ah, schau hin. Der Ding, der Baron. Ah. Der Baron Zwirl. Ah-hah. 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 Vielen Dank.